so ja langsam steigt es wieder, ok was wir hier gerade machen kann nicht ganz zufällig sein aber ganz ehrlich nichts ist so unwichtig wie die elektrischen verbindungen das ist so was von uninteressant und was jetzt gerade viel wichtiger ist die gleise und die kosten richtig ich kann gerade mal 30 glöcke gleise bauen danach sind sich wieder pleite ok wir gucken mal mit dem mal ganz kurz auf normal und guck mal wie sich so die lage stabilisiert ja zwar klar wie sagt man erstmal sparen so wir haben 300 ausgaben 1100 derzeit unsere statistik sagt wir bewegen uns gut auf die 50.000 drauf zu aber es geht halt noch schleppen weil hier hinten auch noch gut der markt und gerade also hier die dddddd dddd da schon die bevölkerung kalt der markt war gerade eher im abschwung die industrie ist auch normal ohne noch 1000 der markt kommt wieder jetzt wird hier hinten auch bebaut ja wir brauchen echt gleich real das geht ja mal gar nicht mindestens der industrie teil hier muss ordentlich ans leisnetz angewunden sein also roth könnt ihr mir sagen was da wollt roth könnt ihr die drei gleise nur nur die richtung ging da konnte er gerade gar nicht so fahren ein bisschen also ich will es nicht sagen illegal aber schon illegalisiert wie sie und denke ich die quälen die quälen ist hier leiter ist als leid nein aber wieso fast verstellt nein gut hallo ja jetzt haben wir mittlerweile oha hinter wieder ab fragt wir machen was falsch ist so hoch sagt ihr so schön station hier leckt mich doch opfer mit ihrer scheiß opferrolle query also was hier gleich los kräftig komplett safe von weg weil es so weiter ist kräftig meine blühen blühen plastic kräftig mexik mal raus Oh ja, nimmt doch gerade wieder ab. Also, was jetzt noch leer steht, wird doch nicht mehr bebaut. Ja, bei den Gebäuden hier oben sieht es absolut arm-gelig aus. Ich werde mal hier außenrum ein bisschen Park bauen, hier in dem Bereich. Ich werde mal hier außenrum ein bisschen Park bauen. Park. Ah, 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 ah noch einsetzen, so neben dem Stadion, dass das Stadion auch noch mal so schön hier eingekesselt ist in ein paar Anlagen. Oh, hier so schön schräg runter. Muss auch noch was aussehen. Deine Mutter macht... äh... Park. Klappe. Oh, ja, scheint zu funktionieren. Also zumindestens jetzt in Korea. So, da würde ich mal sagen, einmal aufräumen. Die Kirschen kommen allesamt weg. Da kommen bitte Wohnungen hin und keine Kirschen oder so weiter. Ich könnte zu Hause machen, aber nicht hier. Krankenhäuser sind geduldet. Aber ich brauche hier bei mir keine Kirschen, also... Die hälfte hier von sind sowieso aus Klima. Von daher... Wenn ihr was hinkommt... Dann kommt irgendwelche Tempel hin. Also... Du wirst schon, ich bin ja eher so in der... ...ja... ...japanischen Kultur und deswegen sage ich jetzt mal... ...und Schmiedgemeindebräuche an deren Bräuche, was so mein Glauben angeht. Ich meine, ich bin ja nicht. Ist ja alles bekannt, aber... ...wenn ich eine Religion annehmen würde... ...und dann wahrscheinlich am ehesten die... ...Christentum ist mir sowieso einfach zuwider... ...was die gemacht haben mittlerweile... ...kann da ja... ...was alles im Namen des Herren gemacht wurde... ...und ich sage jetzt mal nur... ...Kreuzzuge und... ...was der Geier was alles... ...also... ...und der Islam... ...der ist mir einfach zu... ...zu bevormundend. Also... Ich meine, wer an Gott glaubt... ...gerne... ...aber warum kann man nicht einfach sein Glauben ausleben? Warum muss man sich an irgendwelche streckte Regeln halten... ...die einen zu irgendwas zwingen? Also... ...meine Meinung... ...klar... Wie gesagt... ...jeder... ...gerne wie er möchte... ...ich war auch an einer... ...islamischen Schule... ...also in äh... ...islamischer Schule ist ein bisschen falsch... ...ich war in Kreuzberg... ...inmitten von sehr vielen... ...boing... ...ja... ...inmitten von sehr vielen... ...islam... ...waren relativ normale Leute... ...also ich konnte mich mit denen gut verstehen... ...aber eben... ...es ist halt nichts für mich... ...is halt so... ...derwegen... ...wenn was... ...den...den Buddhismus... ...da... ...das geht in Ordnung... ...der ist extrem offen... ...so... ...wann mal langsam mal gucken hier... ...ähhh... ...kann wir mittlerweile offen... ...oh... ...ach so... ...das hättest du immer noch so schnell hingestellt hier... ...slow bitte... ...normal Alter... ...wo kommen wir denn hin... ...wir sind schon mit B982... ...Hallelujah... ...und arbeite hier immer noch mit Gleisen... ...neuestens 82... ...da gab es bereits ein Tran... ...Transtrapid... ...das war ja nicht... ...aber egal... ...so... ...äh... ...hat jetzt mittlerweile hier alles ein bisschen aus... ...geleiden überhaupt nicht... ...oh... schon wieder zwei Kirschen... ...Hallelujah... ...Hallelujah... ...Präsidential... ...oh... ...oh... ...Grad ist drüber gesprochen... ...die ganze Zeit... ...oh... ...das war ja noch so ein bisschen... ...Ach nee... ...Halt... ...äh... ...da soll doch Feuerwehr hin... ...Andererseits... ...ich mach's mal lieber so... ...hier... ...und... ...und... ...das soll doch mal hin... ...und... 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 ...feuerwehr rechte es uns so... ...mitig aus... ...ich meine die... ...die... ...mitall war sowieso nicht... ...die ich... ...die... 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 ...so... ...und... 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 ...ja... ...reicht das da aus... ...42... ...bleb stabil... ...bekommen doch die 50.000... ...bisschen los... ...muss wird noch anbauen oder was... ich will gerne noch ein paar richtig richtig so grünanlagen weißt du wirst da müsste einfach so richtig schön noch hier so paar gebäude ran die aber auch richtig schön von grün umgegangen sind da wir denn hier unten noch und vielleicht ein bisschen industrie oder sowas hier unten zum beispiel ich weiß nicht ich weiß ich nicht ist das gut so ja komm machen wir besser denn schon machen wir genau so machen wir das hier im gebäude da ein gebäude da ein gebäude immer schlussfeierabstand ich kann nicht auf gut ihre gebäude enteinander geht gerade sowieso nicht weil dann müsste ich hier straßen lang bauen und genau das wollte ich ja nicht machen das heißt also es wird immer nur eine haus reihe lang bleiben dann sind hier noch mal abgebaut ich komm dann mal so dann kannst du das ja auch alles abbauen oder mache ich es drei lang nach hinten hin machen wir mal drei lang nach hinten hin park ist wird aber jetzt teuer ob teuer ist das teuer Was tue ich hier eigentlich gerade? Das soll jetzt praktisch so diese Gartenlaufen darstellen, so Kinderstreifen, wo so halt alles grün ist, wo dann halt so ein paar kleine Gartenhäuschen drin stehen, so was sollte es jetzt so in die Richtung darstellen. Oh, 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 oh. Kennt man ja. So, hoffentlich geht's mit dem Value auch auf. Lower Class, ne, aber doch klar, er leckt mich doch am Arsch. Er hat alle geklopft. Was sieht, wie sieht's hier aus? Quailman Dangerous? Ja, ja. äh, density high es ist aber hier noch gar nicht alles ausgelastet, von daher wäre es sinnfrech jetzt noch mehr auszubauen andererseits ist hier oben auch noch so extrem viel leer ich glaube jetzt haben wir doch hier unten noch ein paar bisschen Industrie kann ich hier unten noch hinbauen das machen wir mal eben Industrie ja komm zwei Blöcke, das sollte dann passen bulldozer wire und mal wieder so und mach was du willst feuerchen straße ist gerade das billigste auf der welt ja also machen wir hier nicht so hier ein das geht nicht das geht nicht leck mich doch das geht also nicht doch ich muss mit den hier so ok haben wir jetzt noch ein bisschen das ist schon fast ausgeprägt sehr schön und dann noch ein bisschen anlage ja ich weiß doch gerade nur ein bisschen schurm geredet Oh Gott, Alter, oh was mach ich hier, das ist doch nicht mehr normal, wo noch, wo war es noch, wo denn, da, da ist das Bild, da, da ist das auch noch Feuer, hä, warum hab ich das jetzt gerade abgebaut, hab ich doch gerade die Umfahrt abgebaut, wo war denn das jetzt, oder war das nur da, nicht das Bild, ne, achso, klar, genau, hier, warte, So, jetzt haben wir hier schon einen Kreis von oben, hier sind noch eine Bimmelwaren, oh Gott, damn it, ich will sterben, Dankeschön, du verfütter Schick, Bastard, so, Ich mach hier, damit es wieder Spaß hat, okay, absolut, perfekt War noch ne, Alter, wie, was ist denn los, ich bin auf slow, Leute, könnten wir langsam, aber sicher mal hier ein bisschen Das Das finde ich ist nicht mal los, ja, unter. Da kracht schon das nächste Flugzeug, also mal sind wir hier, weiss nicht, äh, 9-11 und so? Was wollte ich jetzt gerade machen? Ah, genau, ja. Weißt du was, kann ich hier die Gleise bauen? Ja, kann ich. Okay, dann bauen wir von da. Ach so, das, wow, das Ding ist super special. So, haben wir hier eine schöne Verbindung. Passt dann auch, okay, kann ich mittlerweile wieder Gleise hinsetzen und auch die Straße wieder hinsetzen. Gut. Die Straße kann ich noch nicht hinsetzen, wir wollen nutzen da, dass die eine wieder Feuer fangen würde. Hier ist es schon wieder ausgebrannt, hier ist wieder alles in Ordnung. Oh, äh, sorry. Strom kommt ja gleich. Oh, oh, oh. Oh, da habt euer Strom. Park. Stop. War einfach aus dem Boden gestampft. Da war vorher ne Atombombe, ah, endlich, vorher ne Atombombe gelandet und ich mach da einfach wieder aus dem Boden stampfen eine Weise ein Luxuspark, hier. So, wie das sein muss. So, wie das sein muss. 1080, jetzt geht es wieder runter, aber mit dem Geld kann das sein. Ich haue schlecht an. Äh, was jetzt, was jetzt da? So. So, da fängt auch noch ein bisschen Vertratung. Wire. Okay, haben wir soweit erstmal. Yeah, wir haben Kapital, die City hast bekommen Kapital. Blablablabla. Potential ist 50.000. Die Politiker ist deine Mutter. Einmal weggegangen. Okay, würde ich mal sagen, das war ein glorreiches Ende. Äh, jetzt haben wir noch weniger. Wow. Äh, hm. Glorreiches, äh, ja. Ein armseliges Ende hier. Mehr als die Hälfte würde das absetzen. Fuck your plan. Ja. Ähm. Mal wieder speichern. Hier habe ich schon lange nicht mehr gemacht, glaube. Und dann würde ich mal sagen, nein, das war falsch, ja das dann. Schau mit v.